hallo mein lieben hobbyleuts willkommen zu einer neuen sendung über das armeebuch gebabbel und diesmal mit dem thema tiermenschen heute am späteren nachmittag um 17 uhr lege ich los den beruften und ich habe es mir nicht nehmen lassen die eine oder andere informationsquelle zusammen zu suchen freut euch also auf ein schönes langes armeebuch gebabbel über die tiermenschen mit eurem hüter der alten welt